Servus, Freunde der unterirdischen Unterhaltung. Ja, eigentlich hatte ich was anderes vorgehabt, aber da kam wie immer was dazwischen. Und da dachte ich mir, mache ich was zu einem unterirdischen Hauptquartier bei Potsdam. Ja, so ist der Titel, genau. Übersetzt habe ich das aus dem Englischen ins Deutsche. Ob die Angaben stimmen, kann ich nicht sagen. Und im Originalbericht sind auch die vollständigen Namen drin. Denn die muss ich jetzt aber nicht unbedingt erwähnen, denke ich. Also man könnte da theoretisch etwas nachrecherchieren, ob es diese Leute bei den Abteilungen gegeben hat. Genau. Und ich will es auch gar nicht so lang machen. Ich habe, wie gesagt, nichts weiter dazu gefunden. Und deshalb fange ich einfach an. GOFG, unterirdisches Hauptquartier bei Potsdam. Ende Februar, Anfang März 1952, wurde Oberst Andrei Petrovic S. Klammer auf, Leiter der ISU, Klammer zu, von T. Klammer auf, Leiter der GOFG, Ingenieurverwaltung, Klammer zu, mit der Konstruktion eines unterirdischen Hauptquartieres für die GOFG beauftragt. Das ehemalige unterirdische Hauptquartier der deutschen Armee in Potsdam-Wildpark wurde dafür ausgesucht und mit der Rekonstruktion-Wiederaufbau begonnen. Die Operation wurde Potsdam-Aufbauprojekt genannt und wurde durch GOFG bewerkstelligt. Offiziell, wie auch immer, lief das Projekt unter Gebäudereparaturen und nicht mehr. Dies wurde so gemacht, damit das Projekt so wenig wie möglich Aufmerksamkeit erregt. Es wurde keine neue Abteilung für diese Aufgabe gegründet. Stattdessen nahm man etablierte Offiziere von anderen Bereichen der ISU und verpflichtete sie für das Projekt. Oberstleutnant N.V.R., Leiter der mechanischen Reparaturwerkstätten, wurde ausgewählt, um das Projekt, Klammer auf, Errichtung eines unterirdischen Hauptquartiers zu leiten. Dieses Projekt sollte von General Chulkow als Kommandoposten genutzt werden. Hätte aber im Falle eines Krieges alle vom GOFG unterbringen können. Das Gebiet, wo das Projekt realisiert wurde, erstreckt sich über mehrere Kilometer. Die Hauptgebäude sollten sechs Etagen in die Tiefe gehen. Dieser Kommandoposten hatte seine eigene Stromversorgung, Klammer auf, Kraftwerk, Klammer zu, sowie Fahrstühle, Heizsystem, Abwasser- und Telekommunikationsanlagen, ganz abgesehen von Luftschutzanlagen. Die ganzen Bauarbeiten sind sehr gut getarnt und abgeschirmt. OO-Einheiten, Klammer auf, Osobi Hotel, spezielle Sektionen vom MVD, Klammer zu, bewachen das Gebiet. Ingenieur Major I.I.V. und Ingenieur Hauptmann P.A.K. von der Planungsabteilung des ISU sowie Ingenieur Hauptmann S.K. von der Konstruktionsabteilung des ISU wurden im März 1952 zu diesem neuen Projekt, Klammer auf, unterirdisches Hauptquartier, Klammer zu, überstellt. Darüber hinaus wurden 25 unbekannte Sowjetoffiziere und weitere 500 EM, Klammer auf, ebenfalls Mitglieder des ISU, Klammer zu, zu diesem Projekt überstellt. Es gab keine deutschen Mitarbeiter bei diesem Projekt. Am 10. März 1952 hat Oberstleutnant N.V.R. nachgefragt, dass RMM folgendes Material für die Baustelle, Klammer auf, Errichtung eines unterirdischen Hauptquartiers, Klammer zu, zur Verfügung stellt. Kabelisolierung, Gummimatten, Hämmer, Sägen, Zangen, Lampenfassung, Lampen, Lichtschalter, Eisenwinkel, U-Profile, Stahlprofile. All das wurde von einem deutschen Hersteller erworben. So, jetzt bitte ich um Entschuldigung, da ist ziemlich viel zensiert. Ich kann da nur stückchenweise noch was vorlesen. Das Projekt, sodass weiterhin, Punkt, 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 eine Position, die es erlaubte, viele Informationen diesbezüglich zu sammeln, Punkt, 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 dass dieses Hauptquartier im Juli 1952 fertig war. Dass diese Hauptquartiere im Juli 1952 fertig waren, Entschuldigung. Da einige Truppenteile des GOFG schon im Mai 1952 das Gelände Potsdam-Wildpark verließen, ist anzunehmen, dass es sich um eine Fehlinformation handelt. Es ist anzunehmen, dass, wenn solche Bautätigkeit stattgefunden haben soll, dass dies in Zossen-Wünsdorf geschehen ist, dem neuen Hauptquartier des GOFG. Ja, und das war jetzt die ganze Aussage dazu. Zu Potsdam-Wildpark habe ich Bilder von der alten Bunkeranlage, die wird aber nachgenutzt, da weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn ich die jetzt einstelle. Und ja, zu Zossen-Wünsdorf, das ist jetzt das Bild, was man im Hintergrund sieht, das ist ja wie gesagt auch ein alter Bunker, aber hier geht es ja um die Errichtung von einer neuen Anlage. Ja, wo und ob das nun überhaupt stattgefunden hat, Entschuldigung, kann ich nicht sagen. Und ja, wer dazu mehr Infos hat, kann es ja mal bitte in die Kommentare schreiben, genau. Da bedanke ich mich und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.